Hallo und herzlich willkommen zu diesem Ankündigungsvideo zum Community LP, einem neuen Format, was auf dem Kanal vom guten Jonathan, der auch dabei ist, jetzt ab jetzt kommt, aber Jonathan wird euch da genauer was zu erklären. Genau, ich bin Jonathan von TheGreenscreenTV und ich mache jetzt zusammen mit, also mit LS-Infos und mit euch zusammen ein Community LP und zwar spielen wir, wer hätte es gedacht, Landwirtschaftssimulator mit euch zusammen. Und wie das funktioniert, ist ganz einfach, ihr geht einfach auf unsere Webseite www.tgtbgames.de und dahinter gebt ihr dann slash community-lp ein und dort könnt ihr euch dann sozusagen bewerben zum Mitspielen. Das heißt, ihr gebt auf der Seite dann eure Namen an, eure E-Mail-Adresse, ob ihr ein gutes Mikro habt, wie gut euer Internet ist und dann könnt ihr ins Kommentar unten reinschreiben, warum wir gerade euch auswählen sollten. Und das könnt ihr immer dann machen, wenn bei LS-Infos und bei uns auf Facebook gepostet wird, dass wir jetzt aufnehmen und dass man sich jetzt dafür anmelden kann. Und dann könnt ihr euch anmelden und dann schicken wir euch einen Link zu den Mods, die könnt ihr dann runterladen und dann mitspielen. Ähm, genau. Viel mehr gibt es da nichts zu sagen, oder? Nee, genau. Ich glaube, das wäre alles, was man dazu sagen kann. Joa, und dann bedanken wir uns in diesem Sinne fürs Zuschauen vom Infovideo. Genau. Wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und damit würde ich sagen, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich, ciao. Outro